Moini Moini Leute Leute, heute machen wir mal ein spektakuläres Video, seit langer Zeit ist kein Video mehr gekommen, hier haben wir einmal ein paar gefährliche Sachen dabei, gefährliche Böller und ja, heute machen wir einfach ein paar Böller in die UI Verpackung rein, die zwei und zünden die an. Zwei Böller sind jetzt drin und wir zünden das jetzt an. Okay, jetzt drei Böller in das UI rein. Bist du bereit? Ich bin bereit, Garen Sinum, ich bin bereit, jederzeit, ich bin bereit. Jetzt machen wir vier rein. Ich mach's dann zu. Oh, oh, oh. Ich bin voll erschrocken, Alter. Leute, schaut euch das an. Es hat's komplett zerfetzt. Es ist einfach zerbrochen. Ja, moin, Digga, was los? Jetzt zünden wir gleich die Kette an. Das wird der Hammer. Das hat's komplett zerfetzt, Kollege, Schnürstuhl. Jetzt. Let's go. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Frohes neues Jahr. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder bei einem neuen Böller-Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.